Musik Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren zum Company Update für Osisko Gold Royalties auf Rohstoff TV. Bereits am 25. November haben Osisko Gold Royalties und Osisko Development ihre bereits angekündigte Ausgliederungstransaktion im Rahmen eines Reverse Takeovers, eines RTOs abgeschlossen. Die unter anderem dazu führte, dass Osisko Royalties bestimmte Bergbauliegenschaften, darunter das Goldprojekt Caribou und ein Portfolio marktfähiger Wertpapiere an die Osisko Development Holdings Inc. übertrug, worauf sich diese Osisko Unterunternehmung und die 1269598 BC Limited genannt Barolo Subco durch eine Dreiecksfusion gemäß dem Business Corporations Act zur Gründung von Amalko zusammenschlossen. Nach dem Zusammenschluss tauschte Osisko ihre Osisko Subunternehmensaktien gegen ODV-Aktien ein, also Osisko Development, was zu einem sogenannten Reverse Takeover der Osisko Development führte. Somit entsteht mit dieser Transaktion mit Osisko Development ein neuer Goldproduzent und Osisko Gold Royalties konzentriert sich wieder aufs Kerngeschäft, welches aus einem auf Nordamerika ausgerichteten Portfolio mit über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmeverträgen besteht. Auch nach dieser Transaktion bildet die 5%-ige NSR Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas, weiterhin die Grundlage des Portfolios. Es entsteht ein neues, führendes Goldentwicklungsunternehmen in Nordamerika mit dem Ziel, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Nach Abschluss der Transaktion hält Osisko Royalties ca. 88% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien an Osisko Development. Die Stammaktien der Osisko Development notieren bereits unter dem Symbol ODV an der TSX Venture Exchange. Damit einhergehend ist die Neuzusammenstellung des Managements und Board of Directors beider Unternehmen, denn mit Abschluss des RTO wurde Herr Sandeep Singh Präsident, CEO und Direktor der Osisko Royalties, während Sean Rosen zum Executive Chairman des Board of Directors der Osisko Royalties und zum CEO der Osisko Development ernannt wurde. Das war genau der Schritt, den wir erwartet hatten. Osisko Gold Royalties konzentriert sich aufs Kerngeschäft, behält aber die Fäden speziell für Karibu in der Hand und kann voll an zukünftigen Wertsteigerungen partizipieren. Sehr gut und nicht zu vergessen die quartalsweise Dividende, die Steigerungspotenzial hat. Mein Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situation Certificates sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiederlogo aus der Schweiz.